Moin Leute, zurück bei Wolfenstein Youngblood. Wir machen jetzt die nächste Mission und rette Marianne, erreiche das Krankenhaus oder Marianne, weiß ich wie man das ausspricht, ja jetzt, das wurde, oder sie wurde entführt, das wollte ich sagen, und ja, dann wollen wir mal gucken, wo ich da hin muss, da muss ich wohl hin, gut, dann machen wir das mal, mal schauen, was hier wieder abgeht, wie ich es hinkriege, wahrscheinlich nicht so gut, aber kennt ihr ja nicht anders von mir, ne, New Play von Feinstein, die muss ich immer noch aufs Spiel, noch einspielen hier, ich bin noch nicht ganz warm geworden und ab und zu ist es noch ein bisschen komisch, habe die Waffen noch mal abgegradet, ein bisschen, habe ein bisschen Münzen ausgegeben und so, aber insgesamt weiß ich ab und zu echt nicht, wollen die mir hier so dicke Gegner geben, die ich nicht klein kriege, das ist schon so ein bisschen blöd ab und zu, das ist echt nervig, aber die wollen das wahrscheinlich so die Programmierer, aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht und ob das überhaupt was bringt hier, ne, so einfach nochmal gucken, dass ich hier vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks mal wir müssen nach dem Krankenhaus Ausschau halten, wo das Regime dieser Marianne hingeschafft hat, ja, bringen wir sie nach Hause genau, so, dann wollen wir mal wieder rausgehen hier, das lustige ist, die Regimegegner, das Regime ist ja immer wieder da, hier oben, ne, das ist ja, da läuft sie gleich wieder oben lang hier, mit den Tierchen da und so, es ist immer das gleiche so ist es halt leider oder kann ich nicht durchgehen irgendwo Tür von der anderen Seite öffnen ob ich da irgendwo rein, wäre natürlich ganz geil das war grad nicht so gut, um euch zu sein Herr Wohl, Kommandant, schick die Verstärkung Eigentlich wurde Mach weiter so, was die Schweine kann Ich schick den Kommandanten weg, unter der Hölle Und noch zwei von denen Ich erteile diesen Kommandanten eine Lektion Ich erteile diesen Kommandanten eine Lektion Geh oben in den Weg Zeig ihnen, was du brauchst Landgeschlösser Geh auf, die gehts auf, doch mal Mann, Mann, Mann. Wo bleibt sie denn jetzt? So, komm. Komm her. Ich habe Zeit wieder rumgestehe da. Das ist krank aus. Eigentlich will ich da gar nicht runter, mal hier zu sein. Das war mega cool, so. Ich hab ja was sie aushalten. Das Krankenhaus, wir müssen diese Marianne da rausholen. Alles klar. Jetzt ist er sofort da. Das ist krank aus. Das ist krank aus. Ich bin der Lektion. Aus dem Drecksack mach ich playzen. Oh! 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 So kann man spielen, Bony! Sack, das auch! Oh! 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 Du bist der Hammer, Jet! So genial! Oh! Ah! Ich seh dich! Der Maschinen-Soldat muss sterben! Wir müssen uns mal die Position wechseln! Keine Lorge! Wir haben alles unter Kraft! Mach auf da! Schnell! Rass, Schwester! Du wirst die Beste, verdammt! Zürcher von Neuverlies! Keine Sorge! Wir haben alles unter Kraft! Da sind wir wohl richtig. Ja, ja, ja. Noch wenig Muni ist nicht so schön. Passt auf! Wir haben von mehreren Quellen verstörende Berichte erhalten. Das Regime tötet in eurer Nähe scheinbar wahllos Zivilisten. Bewertet so viele wie möglich, ok? Ich werde von Neuverkirchen machen. So, noch jemand, noch jemand! Aha. Da wohnen echt. Wachs Leben erreicht, ok, sorry. Was in aller Welt ist das? Die Münzen sollten mal automatisch eingesammelt werden, das wäre echt sehr super. Ne. Ok. Wo soll ich stehen bleiben? Soll ich schon wieder Alarm aufgelöst, was war das? Noch ein paar mehr hier, ne? Wo soll ich mal in der Position? Ohne die Position! Jawohl! Auf dich, Schwester. Ja, mach's jetzt! Oh, Herrグart hat nicht in der Ende! Okay, jetzt geht's nicht! Die Pfarrer! Die Pfarrer! Die Pfarrer! Die Pfarrer! Die Pfarrer! Die Pfarrer! Boah, es gibt es nicht. Nicht rum sitzen da, helfen Guck mal hier von überall, was ist los mit dem? So, endlich Ruhe hier Uiuiuiuiui Hört zu Mädels, eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt Da ist Marianne, wir müssen sie da rausholen Ok Guck, guck, Leute, guck, guck Na, habt ihr schon postiert? Sehr schön So, platziere eine Autobombe Ja, das ist immer noch aktiv, was mach ich jetzt nicht, die Gegner sind zu stark Guck Na, keiner schussliegen denn Jawohl, ändere meine Position Genau Ey, ey, du fascinatinges bei alle Ja Oh, nicht langsam Hat als hiddet nicht alles Granaten wäre ja gut, Granaten 66 Waffenverbesserung verfügbar, ok Ich brauche mehr von allem, mehr Muni, mehr alles So, wie komme ich jetzt rein? So nicht Ja, Strom ist ausgeschaltet, aber wie komme ich da jetzt hin, rein, wie ist das? Ach, das hat er selber gemacht, ah ok Regimeschweine, ihr seid vom Widerstand, oder? Ja Yeah, hab ich schon abgeschlossen Super Sollten wir wohl Jetzt muss ich mal wieder zurück, da? Wo ist denn jetzt die nächste U-Bahn hier? Verdammt Metro, eher gesagt Jetzt erstmal hier rausfinden, jetzt erstmal hier wieder rausfinden Äh Und die noch mal wieder her Soll ich mich jetzt hier gerne raus Was? Warte, ist das auch rein? Ne, vielleicht nicht Aber Mission ist eigentlich abgeschlossen, aber Kurz zu den Katakoppen zurück Wahrscheinlich den ganzen Regime futzt sich alle wieder da Jo, ist natürlich klar, dass die alle da sind Jo, ist natürlich klar, dass die alle da sind Geht euch Hey, keine Bewegung Die Frage ist, ob ich die Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus? Ey, das gibt's nicht, ne? Darf ja Ja, nur zum Metro Da ist sie doch Geht doch Sind sie doof, dass die alle wieder respawnen, aber geht wohl nicht anders Kann man wohl nicht ändern So, Katakomnten Zurück zur Basis Ja, dann mal gucken, ob ich mit ihr reden kann gleich Und dann ist die Mission auch schon wieder erledigt Sehr schön, der Eingemass funktioniert Wie gesagt, neben bisschen kann ich noch nicht machen, weil die Leute sind dann noch zu stark Da muss ich noch mit einem Waffen ein bisschen herum experimentieren Und eventuell auch andere Waffen irgendwie zulegen So, wo ist denn die jetzt? Das ist natürlich die große Frage Wo ist die? L.P. Walker Das hat klingt gut zu sagen L. Was ist das? Was wird jetzt gemacht? Passt du Wo ist Maria? Wo ist die denn? Ist die hier irgendwo? Ich muss mit euch über etwas sprechen Irgendwie nicht Naja, das ist sie Okay, nee, also muss ich nur mit der Rede Gibt es neue Missionen, aber die ist noch zu hart für mich Aber ich habe ein bisschen geschafft Ist okay, würde ich sagen Danke fürs Zusehen und Zuhören Hier bei Ja, Wolfenstein Äh, Jan Blatt Reingehauen Bis dann, tschüss Tschüss